Hallo und herzlich willkommen zu einem Videomodul in der Schiedsrichterausbildung des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit dem Modul Angriffsschlag. Eine Sache vorweg. Beim Angriffsschlag wird es häufig darum gehen, wo sich der Ball befindet, der gespielt wird. Anders als beim Block, das sehr häufig darum gehen wird, wo sich der betreffende Spieler befindet. Wir werden das des Öfteren thematisieren. Der Angriffsschlag. Alle Aktionen, bei denen der Ball in Richtung des Gegners gespielt wird, ausgenommen Aufschlag und Block, gelten als Angriffsschläge. Ein Angriffsschlag wird in dem Moment als ausgeführt, in dem der Ball die senkrechte Ebene des Netzes vollständig durchquert hat oder vorher von einem Gegner berührt wird. In diesem Video sehen wir den Hinterfeldangriff eines Spielers im weißen Trikot. Dies gilt ebenso als Angriffsschlag, wie der Kopfball des Spielers im roten Trikot. Im zweiten Video sehen wir den Angriffsschlag eines Zuspielers am Netz. Er spielt den Ball direkt zum Gegner und führt somit nach den Volleyballregeln einen Angriffsschlag aus. Im dritten Video sehen wir einen sogenannten Lockball. Auch er gilt als Angriffsschlag. Bei einem Angriffsschlag sind Lobbälle nur dann erlaubt, wenn der Ball sauber gespielt und nicht gefangen oder geworfen wird. Dies folgt den allgemeinen Regeln zum Spielen des Balles. Der Kontakt mit dem Ball muss kurz sein und der Spielball muss vom genutzten Körperteil zurückprallen. Hier sehen wir, wie der Spieler im weißen Trikot den Ball fängt, ihm eine Richtungsänderung gibt und ihn gegen den Blockspieler im blauen Trikot wirft. Dies ist nicht mehr regelgerecht. Es handelt sich um einen Fehler beim Spielen des Balles. Dieser Fehler wird vom ersten Schiedsrichter abgepfiffen. Nach dem Pfiff und dem Anzeigen der Mannschaft, die als nächstes den Aufschlag ausführen wird, ist das oben abgebildete Handzeichen auszuführen. Auch hier sehen wir einen gefangenen und geworfenen Ball. Diesen Fall vom Spieler im weiß-blauen Trikot. Es handelt sich auch hier um einen Fehler beim Spielen des Balles. Dieser Fehler wird vom ersten Schiedsrichter abgepfiffen. Nach dem Pfiff und dem Anzeigen der Mannschaft, die als nächstes den Aufschlag ausführen wird, das oben abgebildete Handzeichen auszuführen. Ist auf der Seite auszuführen, der der Fehler begangen wurde. Also mit dem rechten oder dem linken Arm. Es gibt diverse Einschränkungen für den Angriffsschlag. Kein Spieler darf direkt nach dem Aufschlag des Gegners einen Angriffsschlag ausführen, wenn sich der Ball dabei in der Vorderzone und vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Ein Vorderspieler darf einen Angriffsschlag in jeder Höhe ausführen, wenn der Kontakt mit dem Ball in seinem eigenen Spielraum erfolgt, der Ball nicht zuvor vom Libero in der eigenen Vorderzone im oberen Fingerzuspiel zugespielt wurde. Ein Hinterspieler darf einen Angriffsschlag in jeder Höhe ausführen, wenn dieser hinter der Vorderzone erfolgt und der Ball nicht zuvor vom Libero in der eigenen Vorderzone im oberen Fingerzuspiel zugespielt wurde. Ein Libero darf keinen Angriffsschlag ausführen, wenn sich der Ball dabei vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Kommen wir nun zum regelgerechten Angriffsschlag eines Hinterspielers. Die Grafik zeigt folgenden Sachverhalt. Beim Absprung darf der Fuß des Hinterspielers die Angriffslinie weder berührt noch überschritten haben, wenn er den Ball vollständig oberhalb der Netzoberkante angreift. Nach dem Schlag darf der Hinterspieler in der Vorderzone landen. Ein Angriffsschlag wird in dem Moment als ausgeführt, in dem der Ball die senkrechte Ebene des Netzes vollständig durchquert hat oder vorher von einem Gegner berührt. In diesem Video sehen wir die Ausführung eines regelgerechten Angriffes eines Hinterspielers. Nachdem der Ball durch den Zuspieler gespielt ist, springt der Hinterspieler in der Hinterzone ab, greift den Ball vollständig oberhalb der Netzoberkante an. Der Angriff ist ausgeführt, der Ball die senkrechte Ebene des Netzes vollständig durchfliegt. Was ist der fehlerhafte Angriff eines Hinterspielers? Der Angriff des Hinterspielers ist erst dann fehlerhaft, wenn er die Angriffslinie be- oder übertreten hat, den Ball vollständig oberhalb der Netzoberkante angreift und der Ball die senkrechte Ebene des Netzes vollständig durchquert hat, bevor er von einem Gegner berührt. Solange nicht alle drei Bedingungen erfüllt sind, handelt es sich nicht um einen fehlerhaften Angriff eines Hinterspielers. Was bedeutet das für mich als Schiedsrichter? Ich pfeife erst, wenn alle drei Bedingungen für den fehlerhaften Hinterfeldangriff erfüllt sind. Schauen wir uns dazu ein Beispielvideo an. Die Hinterspielerin im roten Trikot greift nach einem oberen Fingerzuspiel ihrer Zuspielerin den Ball vollständig oberhalb der Netzoberkante an. Der Ball durchfliegt die senkrechte Ebene des Netzes vollständig. Da sie bei dieser Aktion aber die Angriffslinie B treten hat, ist der Angriff regelwidrig. Der Spielzug ist abzupfeifen und der Fehler mit dem oben dargestellten Handzeichen anzuzeigen. Den fehlerhaften Angriff von den Hinterspielern können sowohl der erste als auch der zweite Schiedsrichter pfeifen und anzeigen. Kommen wir nun zu einer weiteren Alternative. Der Angriff des Hinterspielers ist erst fehlerhaft, wenn er die Angriffslinie B oder übertreten hat, den Ball vollständig oberhalb der Netzoberkante angreift und der Ball die senkrechte Ebene des Netzes vollständig durchquert hat oder vorher von einem Gegner berührt wird. Auch hier gilt, der Angriff wird erst fehlerhaft, wenn alle benannten Merkmale vorliegen. Das bedeutet auch hier, dass ich als Schiedsrichter erst pfeife, wenn alle drei Bedingungen für den fehlerhaften Hinterfeldangriff erfüllt sind. Schauen wir uns dazu ein Beispielvideo an. Der Hinterspieler im blauen Trikot greift den Ball nach dem Pass seines Zuspielers so an, dass er die Angriffslinie betritt, den Ball vollständig oberhalb der Netzoberkante schlägt und der Ball den gegnerischen Block trifft. Bei der Blockberührung des Balles pfeift der zweite Schiedsrichter, begibt sich auf die Seite der Mannschaft, die den Fehler begangen hat und zeigt das Schiedsrichterhandzeichen für den begangenen Fehler an. Schauen wir uns das verwendete Schiedsrichterhandzeichen genauer an. Es heißt Fehler beim Angriffsschlag und ist unter anderem in den zwei zuvor genannten Situationen anzuwenden. Dabei wird nach dem Pfiff und dem Anzeigen der Mannschaft, die als nächstes aufschlagen wird, dem Unterarm eine Bewegung von oben nach unten ausgeführt. Hier sehen wir einen Hinterspieler, der die Angriffslinie übertritt und dann den Ball angreift. Ein Hinterspieler darf einen Angriffsschlag auch innerhalb der Vorderzone ausführen, wenn sich im Moment der Ballberührung ein Teil des Balles nicht vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Dabei ist es unerheblich, ob der Spieler springt oder nicht. Beim Spielen des Balles ist einzig auch die Position des Balles im Verhältnis zur Netzoberkante. Ein Hinterspieler führt einen Angriffsschlag innerhalb der Vorderzone aus, wobei sich der Ball beim Schlag vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Ein Spieler schlägt den Ball im Spielraum der gegnerischen Mannschaft. Dies ist ein Fehler und ist nach dem Pfiff des ersten Schiedsrichters und dem Zeigen, welche Mannschaft als nächstes den Aufschlag ausführen wird, mit dem oben abgebildeten Handzeichen anzuzeigen. Die Beurteilung dieser Spielsituation obliegt ausschließlich dem ersten Schiedsrichter. Ein Libero führt einen Angriffsschlag aus, wobei sich der Ball beim Schlag vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Diese Spielsituation können beide Schiedsrichter bewerten, den Spielzug abpfeifen und den Fehler anzeigen. Das zu verwendende Handzeichen haben wir schon thematisiert. Ein Spieler führt nach dem oberen Fingerzuspiel dessen in der eigenen Vorderzone befindlichen Liberos einen Angriffsschlag aus, weil sich der Ball beim Schlag vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Weitere Fehler beim Angriffsschlag Ein Spieler führt einen Angriffsschlag direkt nach dem Aufschlag des Gegners aus, wobei sich der Ball in der Vorderzone und vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet. Der Kontakt des Angreifers mit dem Netz zwischen den Antennen oder den Antennen selbst in einer Spielaktion ist ein Fehler. Im Video sehen wir den Kontakt des Angreifers im orangenen Trikot mit dem Netz innerhalb der Spielaktion. Obwohl fehlerhafte Netzberührungen auf der Angriffsseite vornehmlich durch den ersten Schiedsrichter zu ahnden sind, kann, wie hier zu sehen, auch der zweite Schiedsrichter diesen Fehler pfeifen und anzeigen. Weitere Anzeichen der Schiedsrichter, die häufig bei oder nach der Ausführung von Angriffsschlägen Verwendung finden. Die Doppelberührung Ein Spieler greift den Ball so an, dass er ins Netz fliegt. Anschließend berührt er ihn erneut. Oder Doppelberührung in der zweiten beziehungsweise dritten Berührung einer Mannschaft durch einen Spieler selbst. Unsauberes Spiel. Vier Berührungen Ein Spieler greift den Ball mit der dritten Berührung so an, dass er ins Netz fliegt. Anschließend einen anderen Spieler der gleichen Mannschaft berührt. Ball berührt Der Angriffsschlag wird gegen den Block gespielt. Der Ball fällt in die Freizone der Mannschaft des Blockspielers. Oder Ein Spieler spielt den Ball an die Hallendecke auf der Seite der eigenen Mannschaft. Ball in Nach einem Angriffsschlag fällt der Ball ins Spielfeld. Dieses Zeichen wird vorrangig vom ersten Schiedsrichter verwendet. Der zweite Schiedsrichter zeigt es nur an, wenn es dem ersten Schiedsrichter nicht möglich ist, den Bodenkontakt des Balles zu sehen. Dies trifft zum Beispiel dann zu, wenn die Spielszene von einem am Boden liegenden Spieler verdeckt wird. Ball aus Dieses Handzeichen wird vorrangig vom ersten Schiedsrichter ausgeführt. Der zweite Schiedsrichter pfeift Bälle diens Ausgehen und zeigt dieses Zeichen an, der Ball die Antenne Teile des Netzes außerhalb der Antennen oder den Pfosten auf seiner Seite berühren, sowie wenn der Ball auf seiner Seite die senkrechte Ebene des Netzes vollständig oder teilweise außerhalb des Überquerungssektors durchquert. Damit ist dieses Videomodul beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.